hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge fallout new vegas wir haben uns hier durch die webcon facility durchgekämpft und sind jetzt hier in den raum gekommen sind auf einmal menschen wohl der eine denkt irgendwie er wäre kein mensch ein ghoul aber so ist das ja immer mal alles voller computer kann ich denn hier was mit der working bench machen das ist nicht aus wie hier sind hey schlafräume den kann man noch nix zu sehen hat er ziemlich gruselig aus wir gehen hier mal hoch Follower wer ist denn das? der Jason ja ja 3 1 3 4 5 8 10 14 15 15 16 18 18 19 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 25 25 25 25 26 25 26 26 27 27 29 29 29 30 30 31 31 Aber klar. Well, I should go to the kitchen. Can I talk about him again? All right. Yeah, yeah. Smoothkin. I can't go to the kitchen. I can't go to the kitchen. Okay. We are out of the kitchen. haben sie ja gesagt dass sie die menschen sind das gesprungen dann mal los dieser hier neid kin Nein, die Kinn Machen wir sie mal weg im Keller Ich glaube aber, dass ich keinen Scope, okay Er war ein guter Spotter Ja, wir waren Nein Ja, klar Ja, ich bin ein Riffel und eine clear line of sight und ich werde sie aufbauen, bevor sie mir sehen können Ich habe nicht viel Hand-to-Hand-Trainings, so unsere Chancen sind besser wenn Sie die Enemy aus meinem Gesicht Ich bin trainiert als ein Spotter, auch Ich habe aber keinen Scope, außer eine Pistole ist da Ich mag so Gänge nicht Zack, ins Gesicht Ja, das ist mal unsicht bei den Typen Bis hin sieht man sie dann halt schon Da zum Beispiel Wenn ich weg gucke, wer macht die Schritte, oder? Ist hier noch was? Ist hier noch was? Einfach nur schießen, schießen, schießen mit dem Ding Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht Ich stehe 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 euch nicht millimetern sie aber auch nicht leben rauch ist hier irgendwo alles wirklich die 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 Okay. Oh, du brennst, boom! Jetzt sehe ich deine Lebensenergie. Ah! Ich ess auf jeden Fall aus. Oder trink mal noch. Ja, mehr als genug Kram. Das geht aber so schnell weg. Turbo plus 1, ja. Oh, du wirst. Hm. Interessant wie dieser Raum. Oh. Gewinne was. Die Fusion Batteries. Was? Die Winger sind ja richtig viel. Das sind aber so kleine Dinger. Was schläpp ich da nicht mit mir rum? Oh, das ist noch eine Tür. Ah, das ist noch eine Tür. Oh, das ist noch mal. Mh-hm. Oh. 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 Einer zum Krach Ich bin hier bis ins Gefängnis reingegangen um einen toten Kerl zu finden Ja, dann gehe ich halt wieder hoch. Das ist ja mal gar nichts. Der Kerl, den ich wahrscheinlich je umbringen musste Ich denke, das ist der Typ, der hier gewacht hat Ich hab schon wieder irgendwo wieder was übersehen Oh, ich war hier unten noch nicht lange gegangen Ah War ich denn jetzt noch nicht hier? Da unten gehts noch irgendwo lang Da war ein bisschen Krach Ah, hier Und da Da liegt ein Toter Ah, nur da war ich noch nicht weiter Oh, ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Come and get it, you big dumb. Hey, you're not one of those things out there. Who the hell are you? And I bet he told you it's the Creator's will for you to risk your ass instead of him, right? Well, good luck with that. I'd give you a hand, but no thanks. I may look like a corpse, but I'm partial to living. Guess the outfit gives that away, huh? I never did buy into that religious mumbo-jumbo with the robes and all that shit. It gets lonely out in the wastes, okay? And I don't have to tell you. That Bryce group has got some fine-looking gulets in it. Eh, or maybe I would have to tell you. Anyway, I helped them out. And they kept me supplied with ammo and pleasant company. Hey, Mom. This thing looks like I have to kill you. Huh. Well, you're polite. I'll give you that. If this was just between you and me, I'd do as you ask. But it's not. I had a friend with me when those mutant bastards came out of nowheres. She panicked and ran the wrong direction. Further into the basement. She's probably dead. But I ain't leaving until I know for sure. I'd have gone looking myself. Except I wouldn't last a minute out there. You, on the other hand, seem pretty resourceful. Find my friend, and I'll get out of your way. I see. Spare me the details. God damn. She had the yellowest smile. You did your part. So I'll do mine. Go ahead and move around up here if you want. I'm going to make a break for topside. Okay. Ah, he'd have already made a dream. Ich speichere mal nicht, dass ich hier irgendwie... Ah, der kommt hier runter. Den ich mir auf jeden Fall nicht ziehe. Geht er da hin? Geht er jetzt ganz raus? Ja, dann haben wir jetzt hier... Schau, ne? Einfach gegangen. Okay, aber wir gucken jetzt da nochmal rein, in den Raum. Sah ja interessanter drin aus. Jetzt will man mal Licht. Sollten wir anfallen. Sollten wir anfallen. Das ist ja mal eine Stolperfalle hier. Okay, die Mine kann ich hier entfärfen. Ah, das wollte ich nicht. Noch mehr mieten. Alles voll mit Mine. Ja, der muss man nicht tun. Denen, komme ich nicht vorbei. Welche mir hier so ein Buch? Nämlich EXPLOUSIVE. Ich glaub ich hab doch hier so'n Explosive-verbesserndes Buch. Ne? Hm. Ich dachte ich hab da irgendwie so'n... Aber weiß ich noch nicht wie's heißt. Da. Schluss ist Plus 10. Failure's Cookbook. Wie viel hab ich generell? Ja. Nehmen wir das kurz an, dann können wir die ganze Minie entschärfen. Patriot's Cookbook. Machen wir Steining. Das ist mir gibt's keine Erfahrung, warum die da für die... Das heißt mir gibt's keine Erfahrung, warum die da für die... Jetzt müssen wir interaktivieren. Nun wird sich keiner mehr verletzt. Ah, das war mit mir hier. Das ist nochmal so... Nicht das Arm, ich muss ihn aktivieren. So, aber die Waffen kann ich hier nicht erkennen, die da festgetapet sind. Guck mal, was hier der Computer mit mir machen will. Das ist ja schwul. Oder einfach der Computer, wenn man ihn benutzt. Das ist jetzt alles entschärft. Wo explodiert er denn, wenn man ihn benutzt? Das ist jetzt auch schwul. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Und dann nur Sachen, die alles kaputt machen. Jetzt bin ich bei ihm drin. Da hat er gehaust. Alles liegen lassen, nicht von ihm. Da komm ich da rüber. Was hier noch so geht. Einfach entlang laufen. War ja gar nicht so schwer. Aber das Terminal jetzt auch wieder explodiert hat, wenn man nichts mehr machen kann. Was geht denn mit den State Boys hier ab? Was sehen die mich denn? Was sehen die mich denn? Gehen wir noch mal weiter Wir müssen noch ein paar Nightcans erledigen Da links sind wir mal runter Das sieht mir nicht verfeindlich aus Da hätte ich ja direkt auch erschießen können, du Penner Wer ist der denn da? Das ist ein Schwert dabei gehabt Aber nimm es da mit, ich kann es hier notfalls hier Komm ich gebe es mir mal direkt Im Boden Die haben ja gemerkt, wie das Schwert hieß Da, Bumper Was ist hier? Irgendein Schlüssel gefunden Wie sieht es denn hier aus? Kommt ihr vielleicht rum in diesem Spiel? Kommt ihr vielleicht rum in diesem Spiel? Wie ist es für so ein hintereingang, Ausgang Da ist da geil oder was? Ich muss eigentlich nur wieder hoch Kommt ihr veux? Ich muss da Ich muss da Ich muss das Ich muss da Mhm Die Raketenstation Geht zurück! Ich hab dir nicht gesagt, dass du da unten drüben hast. Entschuldigt? So, ich habe einen Fehler. Ich weiß, dass er immer zur Hälfte die Stimme verstellt. Okay, er geht wieder hoch. Oh, nein. Das nehmen wir noch mal mit. Ein bisschen Drogen. Okay, mal kurz. Dann gehen wir jetzt wieder raus. So, hier. Da geht es, glaube ich, dann ins Wasteland, oder? Nee, da möchte ich jetzt nicht hin. Ich kann mal wüssten, mit welcher Taste man sich umschauen kann. Ah, F. Ach so. Ja. Die Taste wird immer noch die Perspektive wechselt. Dann da raus hier. So viel Munition verbraten auf die Dinger hier. Okay. So. Aber... Was jetzt unsere Belohnung wird. Dafür, dass wir den Keller aufgeräumt haben. Das gibt's erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Oh ja, wie ich mal aufgeräumt habe. Bis dann. Hast du schon mal aufgeräumt? Ja. Hast du schon mal aufgeräumt? Höf.